War jetzt der Weg frei für mehr Mitbestimmung und Gerechtigkeit? Auf dieser zeitgenössischen Karikatur ist der Michel, Symbolfigur der Deutschen, gespalten. Soll er sich für die Republik entscheiden? Für mehr Freiheiten? Dafür steht seine eine Hälfte mit dem gezogenen Schwert. Die andere Hälfte zeigt ihn mit der Schlafmütze und dem Friedenszweig. Dieser Michel will alles beim Alten belassen. Welche Hälfte wird sich durchsetzen?